Franz Josef Machacek mein Name, Maurer, Musikant und Mensch vom Beruf. Neben mir steht der Franz Löchinger, auch ein Mensch und Kübler. Und zwar nicht irgendein Kübler, sondern er ist der amtierende Weltmeister im Kübeln. Wir wollen euch heute ein Lied spielen. Ich möchte kurz erzählen, wie das entstanden ist. Meine Freunde haben irgendwie mitbekommen, dass ich ganz gerne Lieder schreibe, dass sie mir so passieren. Und zwei Wochen vor Ostern war das eines Jahres, als der Gerhard mir ein E-Mail geschrieben hat mit den fünf Worten, hast schon was für Ostern? Und ich hab geantwortet, meinst du jetzt ein Nest oder ein Lied? Und er hat zurückgeschrieben, na schon ein Lied fürs Nest. Ich hab mich dann hingesetzt und das Osterlied geschrieben, überfeu im Hühnerstall. Wer an die armen Hennen denkt, kann er, wenn er dann die Scharste trocken. Und weil es eben sozial ist, würde ich euch alle bitten, da ordentlich mitzugackern jetzt. Jetzt kommt er gleich, der Klopfer. Glaubt mir, wir sind ein leichtes Opfer, weil er jetzt ja stibitzt, oder auf unser einer sitzt. Na, der soll sich trauen, da noch mal einschauen. Der Karottenbeißer, der Bämmerlscheißer. Da legst du Tag für Tag dein Ei, und der Rammler vom Socket's app. Na gue. Na, 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 na. Mann, äger Karottenbeißer. 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 Bwach-ba-ba-ba-ba- ich hab mir schon. Er sagt, Feierung, meine Damen, lasst's euch busseln und umarmen. Da denkst du, da ist heim, na gar net zwider. Und schon fummelt er im Gfieder. Ich sag, hörst aus der Haas, ich bloß da was. Du willst nur an die Eier, wenn es kostet was. Ich hab's ihr Picke nur zum Spaß, den ganzen Kernfraß. Na, 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 meine Eier gehört mir. 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 Und wenn ich ein spendier, dann will ich Dank und Respekt. Wenn man sieht, dass man ganze Liebe in die Eier steckt. Schau mal gut auf unsere Brot, was außer uns sonst keiner tut. Schau mal gut auf unsere Brot. Ah! Applaus